Steht Google Ads auch schon länger auf Ihrer To-Do-Liste? Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, dass es jetzt keine Ausrede mehr gibt, sofort loszulegen. Ich möchte Ihnen einen Weg zeigen, wie Sie in der kürzesten Zeit, auch wenn Sie eine Kreativblockade haben, sofort Google Ads zusammenstellen können und starten können. Ja, klingt spannend. Wenn Sie bis am Schluss bleiben, dann zeige ich Ihnen auch noch so zwei, drei Kniffe, die ich herausgefunden habe, kürzlich in Google Ads, die man unbedingt beachten sollte, die einem noch einen zusätzlichen Boost geben. Also, nichts wie los. Wie gesagt, Sie haben heute eigentlich keine Ausrede, zum Beispiel, wenn es um die Grundeinrichtung geht, also ein Google Ads Konto zu erstellen, mal, dass man einen Zugang hat, das ist jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Einfach auf die Google Website gehen, Google Ads suchen und dort ein Konto eröffnen, das dürfte nicht das Problem sein. Auch auf diesem Kanal habe ich vorgestellt, wie es die neuen Kampagnen für maximale Performance gibt. Da hat Google sich selbst mal wieder übertroffen. Man kann jetzt mit einer einfachen Maske Werbeanzeigen für alle Plattformen erstellen. Also, es wird dann automatisch zusammengestellt und ausgeliefert. Und da stellt sich die Frage, ja, woran könnte es dann noch liegen, dass Sie jetzt nicht sofort die Kampagne aktivieren können? Obwohl diese Maske sehr einfach ist. Man muss natürlich fünf kurze Titeln, fünf lange Titeln und fünf Beschreibungen hinterlegen. Und je mehr natürlich, desto besser. Also, es gibt die Möglichkeit, dass man nicht ganz alle ausfüllen muss, aber die Empfehlung ist definitiv, dass man alle ausfüllen soll. Und diese Maske sieht ja sehr ähnlich auch bei den gewöhnlichen Suchanzeigen aus. Also, wenn Sie die gewöhnlichen Google-Suchanzeigen, ich glaube, responsive Suchanzeigen heissen die jetzt neu, wenn Sie die schalten möchten, dann haben Sie eine sehr, sehr ähnliche Maske. Was könnte die Lösung sein? Wir haben ein KI-Tool, welches mithilfe der künstlichen Intelligenz Texte für ganz viele Marketingaufgaben schreiben kann. Und schon lange hatten wir unter diesen Apps die Möglichkeit, für Google Ads einzelne Überschriften oder Beschreibungen zu erstellen. Seit ein paar Wochen gibt es die Möglichkeit, fix fertige Überschriften und Beschreibungen für diese neue Max-Performance-Kampagnen zu erstellen. Und neu haben wir das einen Schritt weiter genommen und gesagt, okay, es wäre doch noch einfacher, wenn man einen Assistenten hätte, der einen durch diesen Prozess führen würde. Und genau das möchte ich jetzt Ihnen vorführen in diesem Video. Wir spielen das mal für ein Beispielunternehmen durch. Der Chatbot startet damit mit der Frage, für welches Thema möchten wir Werbung schalten. Jetzt entweder hat man im Vorfeld sich schon einen Ordner angelegt oder man kann die Inhalte noch einmal hier gleich erfassen. Ich nehme jetzt, damit das Beispiel überschaubar bleibt, Ich stelle mir vor, ich bin eine IT-Service-Firma und ich habe schon im Vorfeld eben hinterlegt, dass wir für dieses Thema Dienstleistungen anbieten. Und das Erste, was wir hier mal sehen, ist eine App, die neue Blickwinkel erfindet für uns. Jetzt, was meinen wir mit einem Blickwinkel? Auf unserem YouTube-Kanal haben wir das auch für die Facebook-Ads ein bisschen ausführlicher erklärt. Ich gebe Ihnen vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Was wir festgestellt haben, ist, dass die neue Form der Werbung die ist, dass man die Perspektive vor allem austesten soll. Google wie aber auch Facebook nehmen immer mehr vom technischen Know-how ab. Es geht bei der Werbung nicht mehr darum, dass wir technisch alles im Griff haben müssen, weil diese Plattformen machen das Komplizierte für uns. Wir dürfen uns viel mehr auf das Kreative fokussieren. Das heisst, wir müssen uns neue Ideen aussuchen, wie man noch auf unser Produkt schauen kann. Weil die Art und Weise, wie wir über unsere Dienstleistungen oder über unsere Produkte sprechen, das bestimmt auch, welche Menschen sich davon angesprochen fühlen und wer letztendlich unsere Werbung zu sehen bekommt. Aber genau da haben wir ja schon vielfach ein Problem, dass man vielleicht Mühe hat, kreative neue Ideen zu finden. Und genau da setzt die KI ein, sie kann aus unserem Thema, ein beliebiges Thema, in diesem Fall IT-Support, ganz neue Blickwinkeln erfinden, sozusagen, oder zusammenstellen. Wir sehen hier jetzt, ein Blickwinkel für eine IT-Support-Firma könnte sein, eben Unternehmenswelt. In der heutigen Unternehmenswelt ist IT ein unversichtbares Element. Und man braucht Hilfe. Oder den Menschen-Mittelpunkt. Menschen sind das wichtigste Gut. Ja? Und die Unterstützung spielt hier eine wichtige Rolle. Oder, ich finde das genial, Zeit ist Geld. Oder Innovation. Hier kommen dann vielleicht noch etwas, ja, extravagante Ideen. Aber man sieht einfach, Bergsteigen, ja, könnte auch in Verbindung gebracht werden. Freude, wie Menschen durch unseren Service glücklich werden. Ich denke, ich nehme mal hier die Idee, Zeit ist Geld. Und da können wir einfach draufklicken. Also, ich habe ja noch gar nicht viel gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich habe ein IT-Unternehmen. Ich biete IT-Support an. Ich kriege diese tolle Blickwinkel-Ideen automatisch. Und das passiert jetzt. Die KI erstellt für mich ein komplettes Paket. So, wenn wir hier vielleicht kurz zurückgehen. An Beschreibungen und Überschriften. Und nicht nur das. Ich kriege sogar Ideen für die Bilder oder für die Videos. Zum Beispiel hier eine Bild-Idee oder eine Video-Idee. Ich finde das hier, diesen Einstieg. Video, das eine Person zeigt, die versucht, ein IT-Problem selbst zu lösen. Ich nehme jetzt mal die dritte. Und da sieht man schon, wie das dann etwas schöner dargestellt wird. Die Idee, die Überschriften und die Beschreibungen. Und was hat mir jetzt dieser Chatbot zusammengestellt? Wenn ich auf Fertigstellen klicke, hat mir diesen Chatbot ein neues Dokument erstellt. Zeit ist Geld. Und ich habe in einem fixfertigen Dokument die Idee, die Blickwinkel-Idee. Ich habe die konkrete Idee für das Bild oder für das Video. Und ich habe die Titel schon aufgegliedert in kurze Titeln. Also, wenn wir kurz zurückgehen zu Google Ads. Es gibt einerseits Felder, wo man kurze Titel mit maximal 30 Zeichen eingeben kann. Oder dann lange Titel, die dann bis zu 90 Zeichen Platz haben. Und genau das hat mir die KI für mein Thema in Verbindung mit dem Blickwinkel fixfertig erstellt in einem Paket. Was soll ich sagen? Es gibt keine Ausrede mehr, jetzt sich dieses Tool Copy Cockpit mal genauer anzuschauen. Wenn man noch kein Google-Konto hat, eines zu eröffnen. Und die erste Werbeanzeige zu starten. Und ich hatte ja noch versprochen, dass ich so ein paar Kniffe noch verrate, wie man jetzt maximal ja auch Resultate aus diesen Max-Performance-Anzeigen herausbekommt. Was ich kurz zeigen möchte, ist, die Art und Weise, wie wir diese neuen Kampagnen, ich öffne hier kurz die Kampagne, wie wir die optimieren, ist etwas anders als vorher. Wenn es um die Zielgruppen geht. Man hat nicht mehr so starre Zielgruppen, die man einfach mal fix definiert und sagt, nur diese Liste von Keywords oder nur diese Zielgruppen, sondern man hat sogenannte Zielgruppensignale. Ja, Zielgruppensignale bearbeiten. Und einfach als Tipp, was an dem grossartig ist, man muss sich für die allererste Kampagne nicht viel Gedanken machen. Eine erste mögliche Zielgruppe kann ganz einfach sein, Menschen, die bereits meine Website besucht haben. Und das Schöne ist, es werden dann nicht einfach nur diese Menschen genommen, sondern es wird als Signal betrachtet und dieser Kreis wird automatisch erweitert. Und ich denke, man darf davon ausgehen, dass einen grösseren Anteil an den Menschen, die schon die Website besucht haben, für die wir Werbung schalten möchten, dass die natürlich in Frage kommen, dass das die Menschen sind, von denen ich eigentlich noch mehr finden möchte. Natürlich gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, wie man das noch besser, noch effektiver targetieren kann. Aber was ich damit als ermutigend Statement am Schluss noch machen möchte, ist, auch wenn man dafür noch keine Zeit hat, auch das ist dann keine Ausrede mehr, jetzt mit Google Ads zu starten. Es ist wirklich eine neue Generation an Möglichkeiten, die wir jetzt haben, Werbung zu schalten. Und ich durfte diese Woche auch mit einem Kunden austauschen, der hat sage und schreibe ein Return on Invest von 1 zu 20. Also für jeden investierten Euro generiert die Werbekampagne auf Google 20 Euro an Umsatz zurück. Das ist jetzt für einen Online-Shop. Und das ist einfach gigantisch. Und wir sehen vermehrt, dass einfach diese Max Performance, Kampagnen für maximale Performance, wirklich die neue Möglichkeit ist, was Google auch sehr stark am Fördern ist, am Weiterentwickeln. Und es wird die Zukunft der Werbung sein. Wenn Sie Fragen haben, fügen Sie die gerne in den Kommentaren unten rein. Testen Sie unseren Chatbots innerhalb von unserem Copy-Koch-Betool mal aus. Ich freue mich riesig auf Ihr Feedback, aber vor allen Dingen würde ich mich am meisten freuen, wenn Sie sagen, yes, dieses Video hat mich motiviert, dieses Thema in Angriff zu nehmen und es umzusetzen. Alles Gute!